So Freunde Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Wir machen heute 2v2. Wir machen die Pots fertig. Ich los euch. Ah. Oh. Ja. Ah ne. Ich hab keine. Oh. Ah. Ja gut. Ich würde gerne eine Challenge machen. Wir 100 Karten als das es habt. Da bin ich der erst. Oh ja. Wir dürfen tauschen. Oh. Gelegt eine neue drauf. Oh. Oh. Ein Farbton ist rot. Den KM. Ja den blockiere ich. Einfach das auch nicht spielen darf. Oh. Ja wenn ihr das noch nicht getan habt lassen. Nein aber jeden Tag kommt eine Folge. Und ich darf mal 2 Karten ziehen. Ich war schon froh dass ich nicht ziehen muss. Aber egal. Oh. 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 Ja gut das werde ich jetzt nicht getan. Ach das wird Mist sein. Oh man das war so blöd. Ja warte jetzt ey. Oh ne. Ja. Die sind echt nicht klug die Pots. Die sind echt nicht klug die Pots. Ich sehe ja welchen Karten er hat und dann sehen wir ja ich hab. Ist ja gut. Ja. Ja. Natürlich. Oh ne Null. Ja. 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 Nein. Ja. 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 Du kannst Wasser oder didn留mer in der sich. war hat niemand gehört ausgesetzt egal jetzt habe ich auch noch 3 Karten und er ja jetzt hat es verdammt ich habe es vergessen ich habe einfach vergessen auf ohne zu drücken shit ja leute das war so ein Mist von mir die Themen ich fechte es an so ein lustiges Spiel der gibt mir natürlich Lust der gibt mir keine guten Karten sorry für die Geräusche so ja 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 leute das wird gut werden das wird noch nicht da holst du Richtung hin oder ich mach gleich sogar eine Challenge draus wäre als dass es ohne Karten hat ich brauche meinen Freund dazu aha jetzt konnte ich endlich mal anfechten ja ich war schon kurz vor ok warte Leute ich habe es mir gemerkt grün hat doch nicht glaube ich ich weiß es nicht mehr ich bin ja das ja dafür doch ich habe ich nicht dass sie sogar 2 ja gut wenn die mehrere Oh, Unos folgen sehen wollt, dann lasst ein Like und ein Abo da. Oh, ich hab Glück gehabt. Oh, ich hab Glück gehabt. Oh, ich hab gerade Glück gehabt. Nein. Hä, warum ich wieder rot? Das macht keinen Sinn. Jetzt haben sie es gemacht. Yes. Aber das hat keiner gemerkt, wie ich angefühlt, wie ich auch auf kostenlos mache. Ein paar neue Spiele, ja? Die Pots mache ich fertig, die zwei ich und mein Kumpel bleiben. Oh, direkt. Dafür hat er kein Gelb. Ah, dafür kann er vier Karten. Ja, wusste ich. So, setz du mal aus. Sorry. Ja, gut. Drei. Und zwei. Ja. Ja. Uff. 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 Gott, Gott. Ah, falsche Tasse gedrückt. Oh Mann. Elif. Ich hab kein Wein. Ähh, kein Ppp. Und kein Rot, kein Blau. Gar nichts habe ich. ja ich kann anfechten zum zweiten ich hätte fast gewonnen ich glaube natürlich meine karte das geht nicht mich als auch dabei deshalb nur im disco und ich bin im disco mit dem ich spiele ohne ich nehme dann auf er redet nur mit mir jetzt mal so hat man das so hat man keine karte hat jetzt habe ich kein geld dafür hat er geld ja da war mein letztes anfechten grün er war mir nur noch ach ich wollte gerade die drücken anfechten als fechter fachte fechtung oh der hat keinen grünen ok ha 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 oh wo die schau wie lange die hunden immer dauern 11 ich habe eine gute karte ach so da ist habe ich auch noch eine null schuhe hooo lecker blau gelb blau Warum grün? Ich hab kein grün. Ach, nur dafür grün. Also, ich war fast am Ziel. Der hat's mir versaut. Ah. Noch zwei? Oh, schade. Alles ich wissen. Ah, Mann, ich würd's also anfechten. Alter, ich doch heute nur anfechten, Leute. Ah. Was ist? Was ist? Kannst du damit aufhören? Der hat Safe-Kantler, wusste ich. Oh, taktisch gespielt, Leute. Kannst du aufhören, Michael? Sehr witzig. Das war gerade ernst gemeiner Weg, Alter. Wofür kommt's? Sehr witzig. Das hört man. Natürlich hört man das. Hoffentlich hört man das nicht in der Aufnahme. Hey, der hat meine Karte geklebt. Sch-Biom. Ha. Oh. Pff. Los, mach mit. Jaaa. Pff. Jaaa, das war lustig. Ich hab gedacht, ich muss jetzt 6 Karten ziehen, Leute, oh, das war schrecklich für mich gerade. Haha, er hat auch aussetzen, er hat auch aussetzen. Na, natürlich, er hat auch aussetzen. Ah, man, ich wollte gerade an Klaus. Klaus, Klaus, Klaus. Ja, so. Er hat rot, ich müsste wechseln. Ja, ich muss machen. Oh, schade, er hat jetzt safe rot. Warte, was auch noch, ne 1, ne 9. Ja, ne 9 hat er ja. Aber ich kann, ne 8. Bitte nicht. Ja, oh, Glück. Ja, Leute, ich hab immer nur Glück. Ja, blau hab ich. Er hat auch blau. Junge. Oh, ja, geht. Rot hab ich auch noch. Da kann ich mithalten. Wieso zieht er? Er hat safe rot. Safe call. Okay, blau hab ich, äh, gelb hab ich nicht. Doch hab ich. Ah, verarscht. Ich mach Taktik wie Flauschi aus YouTuber. Kaufe für Fäder. Nein. Oh, Mann. Oh, schade. Äh, ich war so blöd. Ah, Mist. Ja, gut. Ey, ich wollte dich gerade. Und natürlich hab ihm eine Front. Ja. Nee, war sein Fehler. Ey, das will ich auch gerade machen. Oh, okay. Da hat nur blau, okay. Da hat nur blau, okay. Das muss ich mir mal merken, Leute. Der hat nur blau. Dafür wechseln wir in rot. Und er wird mich hassen. Ah, oh, Glück gehabt. Nee, das will das nicht hin. Hey, ich konnte nicht anfechten. Ich wollte das anfechten. Leider, ja, schon wiedergewonnen. Noch ein Runde, ich gebe mir noch mal ein neues Video. Von Unio. Das die Karten werden sortiert. Ah, von Unio. Ich habe fast gewonnen. Und der gibt mir jetzt verboten, doch zu spielen. Ja, aber nur fast. Nur fast. Ey, mein Bot hatte noch eine Karte und ich konnte nicht anfechten. Was? Mann, Ott. Ja, echt so. Was an, Ronnie? Ja, ich wollte anfechten und ging nicht. Ja, Rot. Haha, Rot hat er nicht. Haha. Ja, Rot hat er nicht. Gut. Das heißt, wir können gewinnen, Leute. Oh, Gelb. Der darf keine 7 bekommen. Hallo? Darf ich auch noch mitmachen? Nö. Nö. Ja, endlich kann ich mal mitmachen. Ha! Abgelehnt. Ey, ich darf schon wieder zwei Karten ziehen. Ich war fast fertig. Also, naja, nicht fast, aber nur ein bisschen. Mein Kleiner. Bitte Rot, ja. Ja, so. Da kann, äh, warum muss ich, ähm, warum muss ich vier Karten ziehen? Oh, das war eine vier Karte. Dann kann ich noch mal mitmachen. Und da kann ich mir auch abtauschen. Oh, der hat nur 6. Mhm, mhm. Okay, der hat nur Schmarrn. die 6 nie das ist die neue zu kommen und aber nicht perfekt gut gut getrunken gut getankt keiner darf ihn jetzt geld gehen ich will auch an sich als guter machen darf 10 jahre mein bot gewinnt wie ich versuche grüne dafür setzt aus und das ist der andere aus dafür kann ich hier stelle die gelbe vorlegen ok viel karten muss ich die nato ja jetzt kann ich zwar mal karten ziehen ja ach so freunde können sich nicht verfallen machen ok ja 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 wahl doch schon ja ich habe schon gedacht ich habe gerade einen schrecken bekommen Gelb würde er ja haben, aber ich denke nicht, dass er grün hat. Oh, Glück gehabt, ich habe praktisch geguckt. Leute, wir spielen auch Vollgeist, also seid gespannt, seid dabei. Ihr mögt ja alle Vollgeist oder meistens. Zwei Karten darf er für ihn ziehen. Oh, ich will meine letzte Karte nicht verschwinden. Hä? Okay, das gut mache. Wir tauschen uns mal ab. Oh nein, der hat Verbot, scheiße. Shit, 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 und ich darf sie jetzt ziehen. Ach, der hat eine rote. Okay, nehm ich mal rot. Trotz war er noch mal kein rot hat, aber ein mal rot. Shit! Ich habe so Angst, ich ist da gerade. Machen wir gleich einen hinterher. Nein? Oh, hä! Wie? Der hätte das doch... Ich veran putzt. Hallo, ich darf jetzt... Oh, ich dachte schon, ich muss 4 Karten ziehen. Nein! Nein! Ich hab fast... Oh man! Ja wow, der hat jetzt eine... Da muss ich jetzt 4 nehmen. Oh, der eine darf ziehen. Hm, das macht ihm Spaß. Mist, ich muss Karten ziehen. Ich muss... Ne, ich darf nicht Wechselseite machen. Sonst geht's mir auf die Nerven. Oh, doch, ich hätt's machen können ja... Oh, da sind viele Leute, ey. Ja! Oh, da sind viele Leute, ey. Ich darf ziehen. Wollen aber viele in SEV einsteigen. Wollen aber viele in SEV einsteigen. Ach du Scheiße. Ach du Mimimi. Oh mein, darf ich auch noch mitspielen? Uff, oh Gott, oh Gott. Ja, ich darf ziehen. Gelb-Rot, ja. Du musst das Bäschchen mal, Kleiner. Oh ja, ich wollte auch bald anrichten. Hallo, ich bin auf Flamme. Da kann man uns doch nicht so was sagen, hallo, na hör mal. Na hör mal. Und das Unio hat er? Ja gut, ich würd sagen, wenn ich gelb mache, ja genau, das würd ich auch machen. Zack. Zwei Karten ziehen, oder er macht vier, nee, sorry. Yay, er hat gewonnen. Hä? Ach so, ich dachte, die Runde geht was. So Leute, das war's jetzt mit diesem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.